Der enttäuscht mich gerade bis je. So. Okay, jetzt sind wir hier soweit. In der Hoffnung. Der schaut schon cool aus. Nein, nein, nein. Ach Gott, Mensch. So. So. Und hup. So. So. Und hüp. Gut. Dann sind wir jetzt hier. Das heißt, ich kann jetzt quasi hier mal rüber hüpfen. So. Und op. Gut, dann haben wir hier ne Riddler-Rätsel. Wieder mal. Und was zum in die Luft jagen. So, sehr schön. Dann haben wir hier die Tür. Zop, 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 zop. Haben wir die Trophäe auch. Dann schauen wir mal, was sich hinter der Tür Nummer 3 verbirgt. Rede mit Fiona Wilson. Du bist das. Ich sagte, ich würde zurückkommen. Hat ganz schön gedauert. Zuerst herrschte völliges Chaos. Dann kamen Jokers Männer her und haben ein Lager errichtet. Na super. Ich hab mich versteckt, so wie du's gesagt hattest, aber... Was ist passiert? Da waren Wachen. Du weißt schon, die Typen, die für Strange arbeiten. Sie kamen her und haben angefangen, jeden umzubringen. Es war ein Blutbad. Anscheinend versucht Strange, seine Spuren zu verwischen. Sie scheinen sich gut zu verstecken, Doktor. Weiter so. Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich um die Wachen im Raum. Wieder einmal noch mehr bewaffnete Fritzen. Okay. Das war der letzte. Der Reich gesichert. Tiger 43, ein Korn, der Raum ist gesichert. Alle neuen Insassen wurden neutralisiert. Sehr gut. Protokoll 10 macht große Fortschritte. Während wir uns der letzten Phase von Protokoll 10 nähern, möchte ich die Zeit nutzen, allen Tiger-Einheiten für ihre wundervollen Leistungen zu danken. Die Bildschirme vor mir zeigen an, dass wir uns zügig einer Sterblichkeitsrate von 22% annähern. Meinen Berechnungen zufolge werden sämtliche Insassen von Arkham City innerhalb der nächsten drei Stunden sterben. Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 über. Zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Wir bieten die Lösungen, die diese Welt braucht. Wir sind die Zukunft. Na ja, Ausrottung im großen Stil. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Wie machen wir das jetzt am blödesten hier? Mensch, meier. Oh, oh, oh. Scheiße, die haben wir Minen gelegt. Was war das? Drücke vor, um zu sichern. Fuck. Ziel verloren. Verfolge ziel. Hm. Die Zielperson ist über uns. Die Zielperson ist über uns. So. Ich will diese lästige Fledermaus totziehen. Reingladung scharf. Wechsel auf Wärmebild. Aussichtspunkt gesichert. Keine Spur für Zielperson. Reingladung scharf. Scheiße. Sie schwankt. Sie echt schwankt. Zielperson weiter verschwunden. Du Bastard, was machst du da hinten jetzt? Brängladung scharf. Na, komm. Ihr lässt euch alle wie Kleinkinder aussehen. Wechsel auf Wärmebild. Die Zielperson ist über uns. Zu mir. Ziel gesichtet. Immer noch? Die Zielperson ist über uns. Warte mal, was haben wir denn da geholt? Die haben wir noch irgendwas gekauft. Batsuits. Gleittritt für Höhe. Oder so ein Schallbet. Ach ja, stimmt. Wir haben ja da sowas schickes geholt. Schauen, ob das was bringt. Wechsel auf Wärmebild. So. Fuck. Zielperson über meiner Position gesichtet. Dann müssen wir uns halt auf die harte Tour machen. Zielperson hat drauf eingesetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Es sind noch 5 von euch da drin. Das sollte genügen, um einen Mann aufzuhalten. So. 4. Gibt Sichtkontakt zur Zielperson. Zählt mal durch. Bewegung. 4, 4, 4. Meiner Verbundeten bei meiner Position. Fuck. Voll im Fluggerüst. Scheiß. Arkham City ist zu ihrer Grabstätte geworden. Wayne. Ja, weil ich mich wieder anstelle wie der letzte Mensch. Meine Herren. Meine Herren. Das konnte auch nicht angehen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich weiß zwar noch nicht, wie, aber irgendwie kriegen wir das hin. Gut. Die Penner stehen echt dreckig da. Scharfschütze, Scharfschütze. Ich weiß es nicht, wie, wer wisst, wie, eure Einheiten für ihre wundervollen Leistungen zu danken. Die Bildschirme vor mir zeigen an, dass wir uns zügig einer Sterblichkeitsrate von 22 Prozent annähern. Meinen Berechnungen zufolge werden sämtliche Insassen von Arkham City innerhalb der nächsten drei Stunden sterben. Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 über. Zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Wir binden die Lösungen, die diese Welt braucht. Wir sind die Zukunft. Schon. Zielperson verschwunden. Jawohl. Wir haben die Zielperson verloren. Zählt mal durch. Bewegung! An meiner Position! Ich habe die Zielperson über meiner Position gesichtet. So, weg hier. Sehr schön. Komm schon, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wunderte von meiner Position. Die Zielperson ist über uns. Also wenn sie es nicht auf die sanfte Tour haben wollen, können sie es gerne auf die harte haben. Ich will diese hästige Fredermaus tot sehen. Ich tue mein Bestes. Gibt Sichtkontakt zur Zielperson? So. Wieder einer weniger, das ist sehr schön. Aussichtspunkt gesichert. Keine Spur vom Ziel. Zählt mal durch. Bewegung! Die Zielperson ist über uns. Zielperson kommt hier lang. Okay. Okay. So. Da waren es jetzt drei haben wir noch. Die Zielperson ist über uns. Drei, drei, drei. Drei gegen ein. Sehr schön. Zwei. Zählt mal durch. Wechsler, Märmebett. Die Zielperson ist über uns. Zwei, zwei, zwei. Angst können wir uns nicht leisten. Konzentriert euch. Tötet ihn. So. So. Es ist sehr unvorteilhaft, was die da betreiben. Wechsler, Märmebett. Aussichtspunkt gesichert. Keine Spur vom Ziel. Die Tierkerson ist über uns. Oh, das ist verklappt. Einer noch, Särchen. Särchen, sehr schön, sehr schön. Komm schon. Jawoll, endlich. Jetzt gibt es nichts mehr zum Durchzählen. Das ist inakzeptabel. Ich dachte, ihr werdet besser ausgebildet. Das ist noch nicht vorbei. Batman. Gott sei Dank. Ja, ich würde gerne den Aufzug benutzen. Nein. Oh, Mensch. Wonder City, Wonder Tower will ich. Das müsste der Aufzug hier sein. Oh, Moment. Moment. Äh, Null. Erstmal das schöne Riddler-Rätsel hier. Einverleiben. Bewaffnung. Boom. So. Meins. Jetzt schauen wir mal, dass wir da reinkommen. Kriptografischer Sequenzer. Äh. Äh. Wie? Ach du Scheiße. Das ist fies. Das ist richtig fies. Hm. Ich würde mal sagen, wir machen für heute mal Schluss. Und beim nächsten Mal fahren wir in diese schicken, schicken Tower hoch und sehen mal, was uns da erwartet. Bis dann dann. Servus. Servus. Servus.